herzlich willkommen zu einer weiteren runde galaxy wars so wir gammeln erstmal hier wieder als stormtrooper rum wo sind die blöden jedis bis jetzt sehe ich noch gar kein wo ok flashbang so ich will jetzt hier eine gute runde spielen ich habe mir vorgenommen mindestens zehn kills und natürlich zu gewinnen das sind aber trotzdem meine ziele die ich jetzt hier als allererstes offen habe wie wir sehen arbeite ich hier manche und erste kille schon mal eingefahren haben wir muss da jetzt aufgehen schon kann okay der typ hat sich bei uns verkämpft und er ist verschwunden dass ich gar nicht gut aus schießt irgendwie will meine waffe auch nicht und damit ist ja das ist natürlich jetzt auch noch die leitung nicht so will wie sie denn soll auch kam schau und kill nummer drei ich bin ganz lieb da sind wir ordentlich schon am zittern schießt doch ich bin glaube ich dran an der front hier da kommt also irgendwas ist hier mächtig am lecken und das bin ich ich komm schon nein ich bin gefangen na gut sieben kills wie es ist ein death ist schon nicht schlecht du komm schon du komm schon ich spawne mich wieder come on so weiter gehts die sind schon da hinten ganz das ist aber ja nicht gut hier kommen wir gar nicht runter wo sind sie da sind sie wohl dann doch noch nicht wir werfen erstmal euphorisch schnell flashbang dahin hier long distance ok getroffen haben wir keinen doch jetzt treffen wir wieder komm schon meine waffe ist doch immer leer schon ich spam hier die leserschüsse he he komm schon ok da ist sich einer am halben los jetzt ich bin leicht kommt er da um ok neun kills das erste ziel scheint auf jeden fall zum greifen nah zu sein jawohl und damit haben wir das erste ziel erreicht dann geht es jetzt natürlich darum hier zu gewinnen weiß ich noch nicht muss ich jetzt wo ist der typ denn hin ich habe eine runde mal mit dem blog wird gespielt da haben wir sogar und das kann man gleich kann man die worte fassen aber wie es dann immer so ist zig videos aufgenommen aber die runde die richtig geil ist ich habe mich glaube ich selber erschossen kann es sein ich glaube der die ganzen laser wieder abgewinnt 18 sekunden ich kann uns einfach mal hier das angucken erstmal das laser schwer die luft werden erstmal die map angucken das was man sonst ja nicht so einfach sieht ist schon cool gemacht das ist schon cool gemacht für dich zumindest komm schon komm schon oh 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 tschuld dicker laser ok hier können wir wieder nicht raus aber die müssen da um die ecke sein das wird jetzt ein paar kriterien komm 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 gewonnen oder verloren aber ich will ja ich will den rauf und gerne haben schießt noch nie landen nicht mich ich mich ich bin gefangen alter der hat uns aber ordentlich gegeben das könnten wir sogar gewinnen alter der mit seiner scheiße die attacke und wie kommt ihr denn da so schnell hin ich bin tot ich wusste es aber wir noch eine minute diesen spot zu verteidigen du lass mich rein das könnte ich klappen das könnte ich klappen wo bin ich denn hier okay erst mal schön die flashbang nehmen ich war auch nicht im spiel alter ich treffe die ganze zeit ich treffe mich selber überhaupt nicht gut tötet flashbang da wollen sie es aber wissen wie kann ich mich wieder aufladen ich muss mich aufladen jungs da jetzt ordentlich ein rein ja du kommst schon da jetzt kein treffel langweiliger und okay ich habe so das gefühl dass wenn ihr gleich alle bm wieder bei mir sind weil das spiel wieder weg schnell hin kommt die ja nicht ja cool dann haben wir es wohl doch jetzt gerade einigermaßen geschafft oder schön zurück das sieht gut aus leute ach komm der baut doch nur noch einen schuss dann ist er weg oder das hätte ich jetzt aber nicht gedacht ich mal natürlich total cool so 21 gilt also double double ziel erreicht würde ich jetzt mal sagen ich verbraucht das total total okay okay flashbang okay alter double kill sehr gut so jetzt kann ich wieder so eine flashbang gebrauchen ehrlich gesagt ich werde getroffen kommt das muss doch jetzt was gebracht haben schießt ich glaube das haben wir gut im griff ich glaube das haben wir gut im griff ja kommt ihr nur angelaufen jetzt habe ich ihn abgekriegt erst mal schön schießen ok ja das wird gut kommt schon ja das haben wir das haben wir am sack holen wir nochmal das turret raus keine chance dass sie das in 10 sekunden erschaffen gute runde mit einem sieg also sogar beide ziele erreicht richtig geil 24 kills 3 deaths 14 assists und gewonnen holen wir uns doch hier auch nochmal per click add irgendwie ach shit ok ich hoffe es hat euch spaß gemacht schaut das nächste mal wieder rein bis dann tschau bis dann 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 Vielen Dank.